Die Kartoffelbombe! Oh, hier unten hab ich noch gar nichts. Vielleicht sollte ich dem erstmal hier so ein Teilchen entgegensetzen. Flopp! Juchu! Erdrehtin! Oh Gott, kommt hier unten schon wieder so ein Ding. Schnell! 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 Flopp! Komm, lass mir den Ärmel abfallen und dann den Kopf. Los, Bewegung! Oh, hier kommt tatsächlich eh noch. Schwerverrückt. Oh, hier unten haben wir noch gar keinen Peashooter. Schnell mal einen Peashooter rangeholt. Flopp, 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 Juhu! So, doch mal gucken, ob man jetzt noch... Oh, shit. Hier noch schnell einen hin. Da oben hätte es jetzt nichts mehr genützt, weil der ist viel zu schnell. Ops, waah, hier brauchen wir erstmal ein bisschen Schuhe. Los, los, los! Ein Geschenk! Juhu! Was hab ich denn gekriegt? Mini-Games unlocked. Play them from the main menu. Okay. Das werden wir doch dann direkt mal ausprobieren. Juhu! Wieder eine Kartoffelbomb explodiert. Oh, der wird wütend. Oh, das war wohl nix. Satz mit X war wohl nix. Oh, weah. Schnell noch ein paar Kartoffelbömmchen setzen. ... Einer indeed. Oh nein. Jetzt geht's hinle los. Flopp, 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 flopp. Geld, Geld, Geld. So, wie viel vertragen eigentlich unsere netten, fleischfressenden Pflanzen? Ich glaube, irgendwann ist bei denen auch Ente im Gelände angesagt. Oh nein. Noch eine Kartoffelbombe. Oh, ein Kristall. Ich hätte gerne auch ein paar Kartoffelbömbchen. Ach, der ist schon mal eingegangen. Das ist ja schon mal sehr schön. Und da ist er explodiert. Gleich wird er noch mal explodieren. Habt ihr das gehört? Bum, bum. Wee, wee, wee. Jetzt werden sie aber wieder maulig. Oh, der ist schon ganz wütend. Weil ihm seine Morgenzeitung schon wieder geklaut wurde. Ich find die cool. Mal wie die gucken. Die hier. Die Dicken, die gucken total mies. Total mies gucken die. Total mies. So, durch so ein Teil müssen sie jetzt erst mal durchkommen. Ich mag diese Teilchen. Die Dicken. Eine Schwachstelle ist bei mir meistens das Wasser. Weil so schnell kann man hier auf dem Teil gar nicht nachpflanzen. Als dass die hier. Ui. Was ist der wohl? Ähm. Na los. Komm. Schnell noch ein paar Kartoffelpümmchen. Oh Gott. Voll die Action hier. Oh. So. Ich hab jetzt überall wunderbar hier die fleischfressenden Pflanzen. Aber guck mal, der verdaut gerade. Deswegen ist das gerade unmöglich, dass der hier was schnabbelt. Mann. Mann. Oh. Kommt nochmal. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Juhu. Was ist das spannend. Lass mal einen Schluck trinken. Oh ja, Iso könnte ich eigentlich auch mal. Komm, lass mich mal Iso fahren. Danke. Also, das hier ist drei rein. Boah. 325 ist ganz schön fett für so ein Teil. Oh. Ein Taucherzombie. Na, klasse. So, die Matschteilchen. Die. Also, ich glaube, das ist mir zu teuer. Das schäfst du sowieso nicht. 325 ist schon ganz schön fett. Und das Eisteilchen. Schon die, da hatte ich zu tun, dass ich das schaff. Los geht's. Nee, ich will erst mal kein Seerosenblatt. Ich glaube, die muss ich dann ein bisschen weiter vorpflanzen. Busch. Juhu. Und da ist er explodiert. Ach, du Scheiße. Jetzt kommt schon wieder so ein Vieh. Ich glaube, die haben ich vor uns damit. Flop. Genau. Kartoffelbombe. Ja, ich weiß. Ich muss erst mal Peashoot einbauen. Na, komm. Ja, Schnappe ist er erst mal da ein bisschen dran rum. Guck mal, noch lächelt sie. Mal sehen, gehen die lange bis du an ihr rumknauerst. Lecker Walnüsschen. Lass dir es schmecken. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. Äh, ja. Ja, auch ein Walnüsschen. Hm. Oh, da oben habe ich noch keine Brains. Oh, das war aber ein sehr klägliches Brains. Siehste, er brauchte nicht mal das Kartoffelwürmchen explodieren. Ach, warte, ich muss schneller machen. Oh! Oh! Brains. Oh, nein. Plupp. Hast du was gesehen? Oh, nein. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich ja noch ein Müsschen hinbauen, aber... Oh, der... Der springt sogar zwei rein weit. Hast du das gesehen? Das ist ja cool. So. Extrem mies, guckt der. Oh. Oh. Ich hab hier noch gar nichts auf der Reihe. Scheibenkleister. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hm? Hast du das gesehen? Wie mies der geguckt hat. Hm? Hast du das gesehen? Flop, 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 flop. Ja, auch schon wieder aktiviert. Hinter dem Nüsschen eine fleischfressende Pflanze. Und da vorne Kartoffelbombe. Jaha. Ah, warte. Die Kartoffelbomben sehen echt toll. Der wird jetzt eingefroren. Oh, hier haben wir keine Kartoffelbombe mehr. Schnell, schnell, schnell. Juhu. Explodiert. Oh Gott. Oh Gott, das geht alles so schnell. Flop, 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 flop. Oh Gott, das hier noch die Übersicht zu behalten ist wirklich ein bisschen schwierig. Oh Gott. Groß. So Drum. Vielen Dank.